Ich hatte kein Geld damals und ich fuhr immer mal Rallys, wurde als Beifahrer mitgenommen von irgendwelchen Leuten und hatte in frühen Jahren schon einen freundschaftlichen Kontakt zu Kurt Ahrens. Kurt Ahrens Senior war ein erfolgreicher Speedway-Rennfahrer, Motorrad-Rennfahrer und fuhr denn auch Wagenrennen auf 300 SL, auf Cooper und auf Alfa Romeo. Also in dieser Garage von den Ahrens, da schoben sich die die Kostbarkeiten hin und her, die ballten sich da. Mini Cooper und alles was damals so Ende der 50er Jahre aktuell war. Porsche natürlich auch. Und der Vater Ahrens sagte dann zu mir, willst du nicht auch mal fahren? Ja, Formel Junior, bin ich dann eingestiegen und fuhr ein Lotus 18. So kam das so ein bisschen in Gang und ich habe denn die nächsten Jahre Kurt Ahrens selber, wir sprechen von dem Namen Ahrens, war ja ein super, super Rennfahrer, ein Weltklasse-Rennfahrer, Kexcellence und der erste 9-17-Sieg vor 50 Jahren. Das war er, der den rausfuhr mit Joe Siffard zusammen. Er war ein grandioser Fahrer. Übrigens der Einzige, der es abgelehnt hat, Formel 1 zu fahren. Jack Brebham hatte die das mal angeboten. Damals fuhren Brebham und Rind zusammen bei Brebham und er hat es abgelehnt. Er hat gesagt, nein, ich will die Formel 1 Fahrer sein. Das ist mir zu aufwendig, zu zeitaufwendig. Muss ich nach Australien, muss ich vielleicht nach Südafrika und so, das will ich nicht. Und noch eine bemerkenswerte Sache bei Kurt Ahrens. Wir kommen mit dem Gespräch, das Gespräch ufert etwas aus. Kurt Ahrens war einer, der mit, im Alter von 32, nee, mit 30 Jahren, hat er gesagt, ich höre auf. Ich erinnere mich noch, wie wir bei ihm im Büro saßen. Ich sagte, ich will überleben. Und das ist auch ein Kernpunkt dieser Zeit des Rennsports. Ich will überleben. Er hatte seine viele Freunde, hatte er tödlich verunglücken sehen oder musste es lesen. Hier ist wieder einer tödlich verunglückt, da ist wieder einer gestürzt. Und er und ich, wir haben mal ein Programm zur Hand genommen von 1964. Und da war tatsächlich die Hälfte dieses Rennwagenfeldes, die Hälfte der Fahrer waren nicht mehr dabei. Die waren tödlich verunglückt. Also das war schon eine Zeit, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Die Öffentlichkeit würde sowas heute gar nicht mehr tolerieren. Und dass er damals sagte, ich will überleben, das war schon ein starker Spruch. Ich ging dann auch 1972, ich war mein erster Anruf bei ihm, ich sagte, guckchen, wir haben einen Sponsor gewonnen. Wir haben Jedermeister jetzt, wir können uns, du kannst dir einen schönen Wagen kaufen. Er sagt, nein, ich will nicht mehr. Ja, auf Ihre Frage kommt, ich habe mich so durchgehangelt in den 60er Jahren. Ich war ja Journalist und es ergab sich immer mal eine Möglichkeit, Rennen zu fahren. Jemand suchte für das sechs Stundenrennen, zweiten Fahrer, ja, die waren ja, diese Rennen waren ja mit Fahrerwechsel, oft 500 Kilometer Rennen und so, fuhr ich immer weiter, fuhr mal Rallys, fuhr mal dies. Aber das richtige Racing, das begann 1972 und wenn Sie die Geschichte nicht langweilt, es war so, ich habe, ich habe mit am 9.46 die Rallye Monte Carlo gefahren wollen und merkte, dass mein Kassenbestand etwas niedrig war und ging zu meinem Cousin Günther Mast. Günther war der Geschäftsführer damals des Unternehmens, war der allmächtige Chef bei Jägermeister und sagte, Günther, hast du nicht mal 500 Mark für mich vielleicht, ich brauche ein bisschen Benzingeld und das Nennengeld ist teuer, ich will die Rallye Monte Carlo fahren. Und da sagte er, ja, 500, dann nimm mal 1000 und du hast mir ja erzählt, es ist auf Rennwagen jetzt Werbung erlaubt, dann komm doch nach der Rallye, die du da fährst, kommst du nochmal wieder und dann reden wir mal über diese ganze Sache, was wir daraus machen können. Und wir konnten dann tatsächlich was draus machen. Ich kam nach der Rallye zu ihm und er sagte, ja, du verpflichte doch so einen Starrrennfahrer und dann immer so ein Rudel von Rennwagen drumherum und du ja selber kaufst auch einen Rennwagen, den du haben willst. Egal was es ist, kaufst du. Wie betäubt habe ich das Büro verlassen, ja. Und ich war aber selbstkritisch genug, mir nur nicht irgendwie so ein ganz exotisches Ding zu kaufen, so ein Breppe im Formel 2 oder ein Lola Sportwagen mit Kochshausmotor, sondern ich dachte, 914 bist du gewohnt, ja. Also nimmst den, den ich in der zahmen Straßenversion und Rallye-Version gefahren hatte, den nimmst du als Rennwagen. Und da erwarb ich bei Max Moritz den damals, so sagte man, schnellsten 914,6 in Europa. Der war in Le Mans gelaufen, hatte das 1000 Kilometer Rennen, die Klasse gewonnen 1971 und den Spar gewonnen. Und dieses Auto habe ich dann erworben und bin zwei Jahre damit gefahren. So begann meine etwas intensivere Rennlaufbahn. Und im Jahr 1974 war mir denn das Ding zu langsam und da kam gerade der Porsche Carrera RSR auf die Rennstrecken, ein tolles Auto mit einem 3-Liter-Saufmotor und etwa 320 PS. Und Jägermeister kaufte also auch das Auto für mich und der 14er wurde weggegeben. In diesem Carrera RSR bewegte man sich natürlich schon auf einem gehumenden Level. Damit will ich sagen, da fuhren natürlich schon richtige Asse. Das war nicht Formel 1, aber das war schon im Sportwagenbereich. Das waren schon die die richtigen Jungs wie Bob Wolleck und Clemens Schickentanz und Hans Heyer und Klaus Ludwig und Manfred Schorti, John Fitzpatrick. Also es war schon eine richtig gute Truppe beieinander. Und das war das Jahr, wo ich Demut gelernt habe im Motorsport. Ich konnte nämlich sehen, wenn zum Beispiel Derek Bell in mein Auto stiege, so wie es beim 1000-Kilometer-Rennen mal war und dann ja, dann sah man also, Menschenskinder, wo nehmen die die Sekunde oder die zwei Sekunden oder die fünf Sekunden her, die schneller sind als du. Und ich merkte, wie hochprofessionell diese Leute arbeiten, wie die sich konditionieren vom Kopf her, welche Risiken sie kalkuliert oder unkalkuliert eingehen. Sorry. Davon habe ich viel profitiert und sehr viel lernen können. Nichtsdestotrotz hat das Rennfahren natürlich wahnsinns Spaß gemacht. Und ich habe diese Zeit genossen. Und insgesamt sind da also ein paar hundert Rennen rausgekommen, die ich gefahren habe. Und ja, es war eine Zeit, die mich sehr bereichert hat, neben meinem Beruf. Und ich kann sagen, ich hatte auch bestimmte Erfolge und habe aber gesehen, wie anspruchsvoll Racing sein kann.